Ich bin Peter Martinsen und hier ist Ihr Wetterbericht. Die Wetterlage ist zurzeit recht komplex. Ich werde also erst einige Aspekte des Wetters zeigen und dann abschließend meine Einschätzung der Lage zusammenfassen. Zuerst einmal zur globalen Erdbebenaktivität. Es war bis vor einer Woche relativ ruhig, was Erdbeben anging. Dann gab es am Mittwoch ein Beben der Stärke 6,1 in Chile. Ein paar Tage später, am Sonntag, bebte es auf den South Sandwich Islands mit einer Stärke von 6,2 und Guerrero, Mexiko mit 6,5. Ein schreckliches Erdbeben, dem einige Menschen zum Opfer fielen. Dann, am Dienstag und Mittwoch, bebte es in Indonesien mit 6 und in Neuguinea mit der Stärke 7,1. Das erste Siebenerbeben seit einer ganzen Weile. Mit den Wintermonaten hat die Erdbebenaktivität also zugenommen. Nun also zum eigentlichen Wetter. Wie ich prognostizierte, gibt es jetzt im Winter Perioden der Ruhe, die punktuell von extremen Wetterereignissen unterbrochen werden. England zum Beispiel. Da hat man vor zwei Wochen noch mit dem netten, angenehmen Herbst angegeben, mit höheren Temperaturen, möglicherweise durch globale Erwärmung. Und dann wurde plötzlich vor einem gigantischen Wintersturm gewarnt. Der Sturm namens Friedhelm, der in England Hurricane Borbeck getauft wurde, traf die Küsten Irlands und Schottlands mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Stundenkilometern, peitschte Ozeanwellen zu Höhen von 18 Metern auf und lud tonnenweise Schnee auf die nördlichen britischen Inseln. Jetzt, einige Tage später, sehen Südengland und Nordfrankreich ähnlichen Winden entgegen, die sich ihren Weg durch den Kanal bahnen und dabei Windgeschwindigkeiten von bis zu 130, 140 Stundenkilometern und viel, viel Schnee mit sich bringen. Ein Teil dieser Aktivität kommt vielleicht durch die sogenannte nordatlantische Oszillation zustande. Man sieht das hier in dieser Animation. Das ist der Monat November. Und die nordatlantische Oszillation hängt mit Luftdruckveränderungen zwischen Island und der Azorenregion zusammen, also der subtropischen Region des Nordatlantik. Island hat üblicherweise geringen Luftdruck und auf den Azoren ist er recht hoch. Die Farben hier deuten Abweichungen vom Durchschnitt an. Rot bedeutet höheren Luftdruck als normal, blau bedeutet weniger Luftdruck als im Durchschnitt. Man sieht, im frühen November war der Luftdruck in Island eher hoch und im Atlantik eher niedrig. Dann hat es sich umgekehrt. Jetzt ist der Luftdruck in Island gering und um die Azoren recht hoch. Das ist die sogenannte positive Phase der nordatlantischen Oszillationen. Unter diesen Bedingungen wird der Jetstream von den USA durch den Atlantischen Ozean nach Europa gesaugt. Man sieht, Mitte November war alles durchschnittlich. Dann wurde es durch den November hindurch bis heute positiv. Vorhersagen sagen, dass es in den nächsten Tagen steil nach unten ins Negative gehen wird. Aber es lassen sich nur zwei oder drei Tage vorhersagen. Danach wird es vollkommen unsicher. Es ist möglich, dass ultraviolette Strahlung von der Sonne diese nordatlantische Oszillation antreibt. Vom 1. November an war die ultraviolette Strahlung der Sonne recht gering. Hatte dann Mitte November ihren Höhepunkt und fiel bis zum 1. Dezember wieder steil ab. An dieser Stelle ging die nordatlantische Oszillation steil ins Positive und blieb auch so. Vielleicht wird sie jetzt also negativ, wie das die Vorhersagen zeigen. Das ist also ein Aspekt der Sonne. Schaut man sich deren Verhalten insgesamt an, ergibt sich ein merkwürdiges Bild. Es gibt derzeit auf der Sonne einige Sonnenflecken. Kleine, wenig aktive Sonnenflecken, aber eine gute Anzahl von ihnen. Ein paar mehr rotieren heute in den Vordergrund. Es gibt also eine ganze Reihe von Sonnenflecken. Seit Anfang des Jahres hat sich ihre Anzahl langsam erhöht, bis zu diesem Punkt hier, an dem es eine viel höhere Anzahl von Sonnenflecken gibt, als die Ozean- und Atmosphärenbehörde vorhergesagt hatte. Tatsächlich sagen einige Wissenschaftler, dass wir das Sonnenmaximum jetzt schon erreicht haben und nicht noch anderthalb Jahre bis zum Jahr 2013 warten müssen, für das das Maximum vorhergesagt wurde. Es könnte jetzt schon so weit sein. Aber obwohl es eine große Anzahl von Sonnenflecken auf der Sonne gibt, zeigt ein anderer Strahlungsbereich, Röntgen zum Beispiel, dass diese Sonnenflecken eigentlich sehr, sehr ruhig sind. Die Sonnenaktivität im Röntgenbereich liegt fast bei Null. Es gibt ein konstantes, sehr geringes Rauschen durch die Sonnenflecken, aber es gibt sehr wenig Sonneneruptionen. Es sieht zwar nach viel Aktivität auf der Sonne aus, aber diese Aktivität hat eine sehr geringe Intensität. Sieht man sich gleichzeitig den ultravioletten Bereich der Sonne an, sieht man, dass es andere Strukturen auf der Sonne gibt, wie diese langen Filamente, die periodisch zu Protuberanzen führen und sich dann in den Weltraum entladen. Diese Protuberanzen hängen nicht direkt mit den Sonnenflecken zusammen, aber sie ziehen sich rings um die Sonne. Zurzeit sind sie überall auf der Sonne zu finden, diese langen, faserartigen Strukturen, die, wenn sie ausbrechen, diese wunderschönen koronalen Masseauswürfe erzeugen, die jetzt täglich zu sehen sind. Jeden Tag gibt es jetzt diese koronalen Masseauswürfe und das ist eine ziemlich paradoxe Situation. Normalerweise kommt es gleichzeitig zu Sonneneruptionen und koronalen Masseauswürfen. Aber jetzt gibt es keine Eruptionen, aber täglich koronale Masseauswürfe. Man könnte sagen, dass die Sonne zurzeit ziemlich schlecht gelaunt ist und sie macht Wissenschaftlern sehr klar, dass sie bisher wenig davon verstehen, was die Sonne tut. Meine Vorhersage jetzt ist dieselbe wie vor ein paar Wochen. Während der Wintermonate müssen wir mit wilden Schwankungen der Aktivität des gesamten Sonnensystems rechnen. Nicht nur auf der Erde oder auf der Sonne, sondern des gesamten Systems. Unser ganzes System geht gerade durch einen sehr interessanten Phasenwechsel und wir haben die Chance, durch Beobachtungen dieser kritischen Periode eine Menge zu lernen. Vielen Dank.